So, hier haben wir eine temporäre Konstruktion für die Y-Achse, total temporär, zwei Sechskantschrauben drin, haben wir das ausgeführt, da ist ein Schlitz drin, dann verfahren wir mal die Achse. Das war jetzt mit dem Akkustrauber. Dann haben wir das Ganze mit einer 500 Watt Bosch. So, kurz zurückstellen, jetzt Achtung, das ist schon eine tolle Sache. Das war jetzt mit dem Akkustrauber. Das war jetzt mit dem Akkustrauber. Das war jetzt mit dem Akkustrauber. Das war jetzt mit dem Akkustrauber.